Hallo, Claudio Schieser, mein Name vom InsidePolitics.at Heute geht es in unserer 121. Folge von On The Grid um das Thema Bitcoin Trading Tipps für Anfänger und was man eben schon im Hintergrundbild sieht oder im Hauptbild sieht, ist ein Bitcoin Chart wo wir die Entwicklung der letzten 6 Monate, also von Anfang August 2017 bis zum heutigen Tag, den 22. Jänner 2018 betrachten So, einmal verklickt und jetzt das richtige Bild eingesetzt Was haben wir zu berichten? Der Bitcoin ist in den letzten Wochen gesunken immer wieder mal gestiegen, dann wieder runter, dann wieder rauf, dann wieder runter Man sieht das ja deutlich an den aktuellen Entwicklungen auch und derzeit, ich will nicht sagen, ist es eine Talfahrt, aber der Bitcoin ist doch im Vergleich zum, sagen wir, 7. Jänner wo er bei 17.000 Dollar stand mit derzeit 10.600 Dollar deutlich weniger wert Ja, um was geht es heute beim Thema Tradern? Wir wollen mal grundsätzlich zeigen, wie Traden funktioniert Ich bin jetzt auf der Webseite von Bitcoin.de Aktualisieren wir kurz die Seite, um den aktuellen Stand zu haben für 20.30 Uhr Sieht man, der Bitcoin ist bei 8.849,38 Euro Das ist ein bisschen niedriger als noch vor einer halben Stunde Aber im Endeffekt geht es hierbei um eine Preisschwankung von knappen 5 Euro Also nicht allzu viel Und hier sieht man es auch Aktuell wird der Bitcoin gehandelt um 8.600 Euro Da sieht man, er wird teilweise deutlich unter dem aktuellen Kurs auch gehandelt Ich will nicht sagen, dass das jetzt Panikverkäufe sind Aber hier sieht man sehr deutlich Diese Angebote sind doch alle unter dem aktuellen Wert der Kryptowährung Wenn ich jetzt zum Handeln anfangen will, was muss ich denn da tun? Ja, zuerst einmal brauche ich mir Geld, damit ich mir Bitcoins kaufen kann Und dann muss ich mich bei einer Börse registrieren, um dort als Händler auftreten zu können So, jetzt habe ich hier zum Beispiel Ein paar Infos von Bitcoin.de Hier geht es um den Status meiner Legitimation Sprich, ich habe mein Bankkonto, also mein richtiges Girokonto, wo das echte Geld ist, verifiziert Habe eine Mobilfunknummer angegeben Und habe dadurch ein limitiertes Handelsrecht erhalten Was heißt das? Ich darf zum Beispiel mit nicht mehr als 1.000 Euro handeln Und ich darf im Jahr maximal 2.500 Euro in Bitcoins zum Beispiel investieren oder in andere Kryptowährungen Also das ist das Gesamtlimit für alle Kryptowährungen, mit denen ich handele Was man hier sieht, ich habe zuletzt vor ein paar Tagen, der Trade ist noch nicht fertig, weil das jetzt noch im Banktransfer ist 0,011 Bitcoins gekauft Um einen Preis von 115 Euro Das war ein Fehler, wenn man es sich anschaut Sprich, Samstag war der Bitcoin auch bei 10.500 Euro wert Und das war schon billig Rechne ich das um, habe ich unterm Strich noch immer zu viel bezahlt Knappe 17 Euro Hätte ich mal gut einsparen können Aber Sei es drum Oder, naja, dass es ein bisschen mehr war Sagen wir also 25 Euro hätte ich locker einsparen können Oder 30, je nachdem Wie gerade so der Handelswert ist Sei es drum War so, ich habe gekauft Und Wenn ich jetzt kaufen würde Dann muss ich ein paar Dinge beachten Ich bin zwar verifiziert, aber ich bin nicht vollständig verifiziert Das heißt, ich müsste einen Personalausweis angeben Ich müsste einen Meldezettel vorlegen Es gibt auch diese Video-Identifikation Aber Das ist derzeit bei Bitcoin.de aufgrund des hohen Andrangs Wie das auch hier steht Gar nicht so einfach Das sogenannte Ident-Verfahren oder Identifikationsverfahren Steht aktuell nur Nutzern zur Verfügung Die bereits Kryptowährungen im Wert von mindestens 2200 Euro In den letzten 12 Monaten gehandelt haben Und Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Post-Identifikation Oder eine Video-Identifikation machen möchte Dann müsste ich mich da anmelden Und Einen Selbstkostenanteil, wie das so schön formuliert ist Von 14,90 Euro zahlen Dann Könnte ich in der von kürzester Zeit Mich vollständig identifizieren Und auch voll handeln Voll handeln heißt Wenn ich zum Beispiel hier einen Trade sehe Wo steht, dass der Händler nur mit einem vollständig identifizierten User handelt Dann kann ich da nicht mitmachen Drücke ich hier nur Angebote anzeigen Die ich mit meinem Trust-Level Legitimationsstatus und dem Sitz meiner Bank bedienen kann Und gebe ich hier zum Beispiel Die Menge 0,05 Bitcoins ein Dann sehe ich Dass ich Ungewöhnlicherweise Zwei Trades habe Die unter dem aktuellen Handelspreis Also unter dem aktuellen Wert sind Normalerweise kann man So rechnen Dass wenn der Bitcoin sehr hoch gehandelt wird Ein Zuschlag von bis zu 500 Euro Verrechnet werden kann Oder auch 1000 Euro Hatte ich auch schon mal gesehen Als Handelswert Der verlangt wurde Wenn man nicht vollständig identifiziert ist Oder eben nicht dasselbe Trust-Level wie die anderen Händler hat Das heißt übrigens Expresshandel Da zahlt man da noch etwas extra drauf Damit der Handel etwas schneller geht Wäre hier zum Beispiel auch möglich Es gibt auch die Möglichkeit Kryptowährungen untereinander zu tauschen Das habe ich mir aber persönlich noch nicht angeschaut Das wäre auch noch so ein Thema Also Dann sind wir Beim Bild 3 angekommen Nämlich Auf was muss ich achten Wenn ich mal grundsätzlich handele Erstens Fast Level Wer sich vollständig bei der Börse Identifiziert Kriegt günstigere Angebote Wer das nicht tut Muss mit Aufpreisen von 1000 Euro Pro Bitcoin aufwärts Zum aktuellen Wert Und Handelspreisen rechnen Expresskäufe sind nicht möglich Transaktionen dauern Tage Das stimmt so Man muss wissen Dieser Sheet ist einen Monat alt Den habe ich eben schon zum Zeitpunkt erstellt Als Bitcoin auf dem High Level war Von knappen 16.000 Euro Oder 19.500 Dollar Und Daher Die Wirklichkeit ist jetzt momentan Aktuell Hat man nicht wirklich mit hohen Aufpreisen zu rechnen Zweitens Menge Wer größere Mindestbeträge von Bitcoins Kauft Erwirbt Also kauft Erspart ebenfalls Geld Das ist richtig Hat sich auch nicht viel geändert Ein gewisser Mengenrabatt Spielt aber Er spielt immer wieder da eine Rolle So Kommen wir mal Zum nächsten Punkt Nämlich Den Währungen an sich Was sieht man da Sonst noch Bei Bitcoin ist nämlich Bei weitem nicht die einzige Kryptowährung Es gibt glaube ich Weit über 1000 Mittlerweile Ich glaube 1500 Verschiedene Kryptowährungen Die werden nicht überall gehandelt Aber sind halt ein Interessantes Konzept In den Die teilweise mit Blockchains arbeiten Teilweise dann wieder nicht Iota zum Beispiel arbeitet mit einer Art Vektorenrechnung Verzichtet auf die Blockchains Und Ethereum ist eine etwas modernere Technologie Als Bitcoin Bei Iota kommt noch dazu Das sieht man hier Dass es hier zum Beispiel Größere Industrieunternehmen gibt Die Handelspartner von Iota sind Und Iota arbeitet mit Sensordaten Also sprich Eine Firma bietet ihren Kunden Zum Beispiel an Dass sie Sensordaten Ihnen abkauft Zum Beispiel vom Auto Neues Modell Wo die Motorensensorik Dann eben an den Hersteller Daten schickt Wo man eben ausmacht Okay, ihr bekommt diese Daten Von mir Aber dafür müsst ihr etwas zahlen Damit ihr dann die Produkte besser gestaltet Ähnliches Konzept wäre auch Wenn Eine Größere Stadt zum Beispiel sagt Ja, wir wollen was gegen den Feinstaub tun Wir stellen jetzt 100 Feinstaubsensorgeräte Bei Privatpersonen auf Und die werden dann halt mit Iota bezahlt Das heißt Dem Iota steht ein echter Gegenwert Gegenüber Man muss jetzt wissen Iota gibt es noch nicht so lange Die haben erst letzten Sommer angefangen Sind eben eine deutsche Währung Und liegen so momentan Je nachdem Zwischen zwei Bei zwei bis drei Dollar Im Wert Ripple Da hat es Gerüchte gegeben Über Token-System Mit dem Wo man Diese Tokens Über Ripple Kauft Ich glaube teilweise war das Mit Brückspielen oder so Verbunden Und Das Gerücht hat sich allerdings Als Finte Ergeben Ergeben Wir sind derzeit Nicht unbedingt Extrem viel wert Und wenn man das sieht Aber umgekehrt Ist Ripple noch immer die drittgrößte Währung Weil das Marktkapitalisierungs Volumina Liegt Bei 38 Milliarden Euro So Einfachheit halber Stelle ich jetzt So mal auf US-Dollar um Und Da sieht man übrigens auch Eine interessante Entwicklung Der Bitcoin Ist etwas runtergegangen Der war noch vor zwei Tagen Bei knapp 200 Milliarden Dollar Dollar Marktkapitalisierung Und die wird es aktuell Bei 178 Ja Da haben wir halt ein paar Leute verkauft Und der Preis ist halt auch runtergegangen Ja Dann gibt es noch Monero Dash Stellar Und Verschiedene andere Sachen Auch interessant Bitcoin Cash Und Bitcoin Gold Sind beide derzeit im Minus Die meisten Kryptowährungen Haben derzeit ein Defizit Zu verbuchen Diese Das sind sogenannte Forks Das heißt Das sind Abspaltungen Von der Urwährung Und die kopieren Die Bitcoins Was man zum Beispiel hier sieht Und Dadurch entsteht Für Bitcoin Besitzer Etwas sehr interessantes Bei Bitcoin Cash Hat man es gleich mal Hier zu sehen Und eben Im Vergleich zum Bitcoin Die Zahl der Bitcoins Ist nämlich Oder der Coins In den jeweiligen Währungen Ist nämlich gleich Oder ähnlich hoch Das hat eben damit zu tun Dass die Sich abspalten Sie kopieren sozusagen Jeden Bitcoin Und Besitzer von Bitcoins Bekommen dann beim Fork Auch Ein Äquivalent In dieser Währung Das heißt Es verdoppelt sich Deren Besitz Ist natürlich Ganz praktisch Aber Weil man dadurch Einfach Plötzlich aus dem Nichts Geld bekommt Aber das ist eine Andere Geschichte Jeder Fork Fängt einmal Quasi fast Bei Null an Und dann Muss ich Erst einmal Ein Händlernetz Und wieder ein Marktplatznetz Etablieren Das eben Mit diesen ganzen Währungen Handelt Und wenn dann Eine Börse Zum Beispiel Schließt Oder neu Aufmacht Hat das natürlich Auch Einen Entsprechenden Einfluss Auf den Kurs So Das war es mal Ein bisschen Zum Thema Bitcoin Das nächste Mal Bringen wir Unser Gespräch Mit dem Wirtschaftsredakteur Von der kleinen Zeitung Roman Vielgut Heraus Wenn es um Das Thema Bitcoin geht Da haben wir Schon ein Interview Noch am Ende Letzten Jahres gemacht Wo wir uns Allgemein Über die Entwicklung Des Jahres 2017 Unterhalten Haben Ich sag Herzlichen Dank Fürs Zuschauen Ihr Könnt es euch Daran Gewöhnen Wir machen Das in Zukunft Öfters Und werden das auch Anders Gestalten Wir werden so Eine Art Livestream Aus meiner Wohnung Heraus machen Der dann etwas Zeitverzögert Auch auf YouTube Veröffentlicht Wird Respektive Auf Facebook Und Ja Ich sag Herzlichen Dank Fürs Zuschauen Bis bald Euer Civic Auf Wiedersehen If you Like this Video Please Comment Share And Subscribe To my Channel Thank you Very Much